18.06.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 115 des Ukraine-Krieges. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Rostov wurde vor kurzem wieder von einer ukrainischen Drohne besucht. Diesmal trafen sie ein weiteres Treibstoffdepot, welches sofort in Flammen aufging. Rostov am Don ist ein sehr beliebtes Ziel für ukrainische Drohnen, da dort in etwa 70% des russischen Nachschubs für den Ukraine-Krieg wie auf einem großen Drehkreuz hindurch verlaufen. Bei Wovchans greifen die Russen ukrainische Positionen an. Diese befinden sich hier oben an den blauen Stecknadeln. Das bedeutet für uns, dass die Ukrainer mindestens bis dorthin vorankommen konnten. Ich habe das Gebiet nun in eine aktive Kampfzone umgewandelt, da wir bisher keine Bestätigung haben. Ob die Ukrainer das Gebiet weiterhin halten konnten. An der roten Stecknadel führten die Ukrainer einen Luftangriff aus, der die erste Sekundarschule traf. Da verschanzten sich eine Menge russische Soldaten. Und wenn man auf die Lagekarte schaut, dann sieht man ja auch, dass die Ukrainer im Norden weiter vorrücken können, aber gleichzeitig auch Angriffe im Umkämpfenbereich ausführen müssen. Aus diesem Grund ist es auch so schwer, eine klare Frontlinie auszumachen, wenn es um den Orts- und Häuserkampf geht, der vor allem im Ukraine-Krieg mit sehr hohen Verlusten ausgeführt wird. An der blauen Stecknadel etwas weiter im Osten, in der Neue des 9. Infanteriebataillons, wurde übrigens der russische Soldat gefangen genommen, den ich Ihnen heute auf Telegram zeigte. Dieser lief alleine über ein Feld und wurde nicht in einer Stellung oder ähnlichem gefangen genommen, noch gab es keinen Kampf und es war auch ohnehin ein Soldat, der unbewaffnet war, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass die Russen so weit in das ukrainische Land eindringen konnten, sondern eher, dass er sich einfach von seinen Stellungen entfernte und desertierte. Ein paar Kilometer weiter im Westen kommen die Ukrainer bei Hlyboke weiter voran. Der Norden ist noch unter vollständiger russischer Kontrolle und der Rest ist ein umkämpftes Schlachtfeld. Die Ukrainer konnten aber mittlerweile weiter vorankommen, da an der blauen Stecknadel Kämpfe ausgeführt wurden und so weit im Norden des Ortes war bisher noch kein ukrainischer Vorstoß gemeldet, bis auf dieser. Jedoch endet ihr Angriff zumindest für einen BTR-4 schlecht, da dieser von einer russischen Drohne schwer beschädigt wurde. Bei Klischivka konnten die Ukrainer das Grabensystem an der Zufahrt wieder unter ihre Kontrolle bringen. Sie müssen sich das einmal so vorstellen, dieses recht große Grabensystem war das letzte halbe Jahr von beiden Seiten besetzt. Die Soldaten, die da drin waren, haben wortwörtlich im selben Graben geschlafen, gegessen und auch gekämpft wie die Soldaten der Gegenseite. Im Krieg wissen sie ja nie so genau, wann und wo der Feind zuschlägt oder wo er sich auch befindet, aber stellen sie sich mal vor, sie sind seit Monaten bewusst in einem Graben, bei dem sie wissen, dass der Feind mit ihnen drin ist und jeden Tag zuschlagen kann. Dann muss er nicht mal in den Graben einbrechen, da er ja schon lange mit ihnen vor Ort ist. Meiner Meinung nach ein recht beunruhigendes, aber zugleich interessantes Gefühl. Im Ort haben sich die Russen ähnlich wie beim Wald südlich von Kremina zurückgezogen, das meldete ich vor drei Tagen. Der plötzliche Grund des Abzuges ist bisher immer noch nicht bekannt. Hier läuft noch ein ukrainischer Soldat die Hauptstraße ab und filmt dabei die Ruinen. Das Gebäude, was wir hier sehen, befindet sich an der grünen Stecknadel, weshalb ich das Gebiet bis dorthin als ukrainisch einzeichnen konnte, da er sonst nicht so gemütlich herumspazieren konnte. Laut ukrainischen Quellen bahnt sich westlich Monswatove einen russischer Großangriff an. Die Russen haben ja bei Kharkiv angegriffen, um die ukrainische Armee zu binden, damit man an der Ostfront Soldaten abkommandieren muss und die Russen dann einen Angriff gegen unterbesetzte Stellungen beginnen können. Laut Deep State sollen die Russen hier um die 10.000 Soldaten versammelt haben, sowie 450 Fahrzeuge und über 200 Artillerie-Systeme. Vermutlich versuchen sie wieder einmal das Gewässer zu erreichen, um die Front zumindest lokal zu trennen und ein Gebiet von ca. 50 Kilometern Länge zu schaffen, welches sie aufgrund des natürlichen Gewässers kaum verteidigen müssten. Das versuchten sie ja bereits im letzten Jahr und scheiterten dabei kläglich. Da will man auch nur die vermeintliche Schwäche der Ukrainer ausnutzen, aber wie gesagt, gestern haben wir es schon gesehen, bei Wufchans sind ja nur noch hauptsächlich freiwillige Bataillone der ausländischen Streitkräfte oder eben Schützenbrigaden und eine Marineinfanteriebrigade vertreten. Das sind Soldaten, die nicht unbedingt an der Front gebraucht werden oder zumindest nicht an den Teilen der Ostfront. Hier befinden sich zwar eher kleine Siedlungen und Dörfer, aber auch, wenn es wirklich nur um die 10.000 Mann sein sollen, dann weiß ich nicht, wie erfolgreich sie dabei sein werden, wenn man das mal mit dem Vorschuss bei Kharkiv mit ungefähr 50.000 Mann vergleicht, bei dem sie ja auch nicht wirklich weit vorankamen und mittlerweile zurückgedrängt werden. Bei ihrem letzten Versuch im Jahr 2023 hatten sie laut eigenen Angaben, deshalb bitte ich diese mit Vorsicht zu genießen, in etwa 100.000 Mann und über 800 Panzer und 400 Mehrfachraketenwerfer zusammenbringen können, die bei einem Angriff teilnahmen. Das Ergebnis war dann das hellrot markierte Gebiet, also sehr überschaubar. Auch wenn sie wahrscheinlich übertrieben haben, ist die jetzige Streitmacht 10 mal kleiner. Aber es hat ja auch keiner behauptet, dass sie nun sofort angreifen würden, lediglich, dass sie hier eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Angriffskräften zusammenführen, was auf einen Angriff hindeutet, aber noch nicht auf dessen Zeitpunkt. Kann ja sein, dass noch einmal 5.000 oder 10.000 weitere Soldaten hinzukommen, aber wie gesagt, Russland hat zwar viele Bürger, jedoch nicht unendlich viele Soldaten. Wenn wir uns die aufgezeichneten Verluste beider Seiten ansehen, dann sehen wir ein Verhältnis von 1 zu 3 für den letzten Tag. Das ist nicht untypisch, aber was wir vor allem sehen ist, dass bei den Russen von 89 beschädigten, verlassenen oder zerstörten Fahrzeugen 20 Motorräder und 7 Golfkarts vom Typ Tessacross 1000 mit dabei sind. Das sind 27 Fahrzeuge, die die Russen im Angriff hergenommen haben und von denen sie behaupteten, dass man damit Drohnen ausweichen könne. Somit sind 30% der zerstörten Fahrzeuge Fahrzeuge, die man nicht im Angriff hernehmen sollte und welche ironischerweise größtenteils durch Drohnen zerstört wurden, die Motorräder sogar durch Drohnen, die eine Granate abwerfen und nicht einmal selbst in das Ziel treffen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich ja ständig predige, ein Motorrad in den Angriff zu schicken, ist eine absolut dumme Idee. Da herumfliegende Schrapnelle immer irgendwie treffen, da das Ding keine Panzerung aufweist und der Fahrer schutzlos ist. Videos dazu lade ich Ihnen natürlich wie immer gerne auf Telegram hoch. Sie wissen ja, YouTube schränkt mich da leider sehr stark ein. Bei den ukrainischen Verlusten sieht man aber auch was Interessantes, denn hier wird viermal Starlink aufgezählt, welches die Ukrainer ja zur Kommunikation und für die Koordination von Angriffen hernehmen, als auch ein beschädigter M1 Abrams und ein aufgegebener Leopard 2A4, der durch einen Motortreffer verlassen werden musste. Westlich von Avdivka scheint sich das zu bewahrheiten, was ich gestern vermutete. Der erfolgreiche ukrainische Angriff, der die versuchte russische Einkesselung über Umansk erst einmal verhinderte, bot den Ukrainern die Zeit und Sicherheit, ihre Leute aus dem Bereich zu holen. Und dann meinte ich ja, dass der Sektor auf der Achse Umansk-Novopokrovsky mit einem Rückzug der Ukrainer schnell in russische Hände fallen wird und genau das sehen wir gerade. Die Ukrainer haben anscheinend ihre Leute unterhalb des Gewässers befreien und zurückziehen können. Das Gebiet fiel danach schlagartig unter russische Besatzung und der Druck auf den Frontbereich steigt nun ein Stückchen mehr an. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass vor allem das Gebiet zwischen Umansk und Novopokrovsky in den nächsten Tagen fallen wird. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentar da und bis zum nächsten Lagebericht.